Eine Rauchen Roger und Rita waren Farmer auf einer Ranch. Sie arbeiteten hart und waren reich. Richtig romantisch ritten sie eine Runde auf dem Rücken ihrer robusten Rinder. Roger liebte nicht nur die Frauen, sondern auch die Zigaretten. So sah man ihn ständig anrauchen, oft gemeinsam mit rüstigen Rentnern aus der Region. Zu seiner Ranch kam er nicht immer rechtzeitig zurück, denn die Triebe machten ihn treu los. So traf er sich regelmäßig mit Rosie. Das war die mit der roten Perücke und den großen, braun gebrannten Brüsten. Sie trug große Rüchen und zeigte Roger ihre Reize. Ihm war jeder Preis recht, der Rote der Rügel. An einem regnerischen Freitag startete das Drama. Roger war restlos betrunken. Der Grund, Roger, wurde reingelegt. Gerade war er eine Rauchen, da wurde in seine Browser rumreingespritzt und er trank drei Gläser. Es führte zu Ryan-Wisen-Rider Ryan. Roger begann rumzuraufen. Er wollte mit seinem Rivalen im Revier abrechnen. So hat er ihm einst drüber gebraten. Mit einer Tracht Trügel. Er drohte ihm das Rückra zu brechen. Der Sheriff musste einschreiten und den rabiaten Rabauken zu Boden reißen. Der ruderte zurück. Man wollte den rebellischen Rancher zurechtreißen und in Arrest stecken. Wie einen Verbrecher. Resolute und rigoros. Da war Roger ratlos. Ihm ging es dreckig. Er musste erst noch eine Rauchen und sie sah richtig Reuspan. Doch sie schmissen ihn raus. Rücklinks. Mit einem kräftigen Tritt in den Arsch und in die Fresse. Der renitente Randalierer rannte rasant nach draußen. Mit voller Kraft und riesengroßen Schritten. Ohne Reue. Doch da kreuzte ein Rudel abgerichteter, riesiger Retriever Rogers Wegstrecker. Es waren Rüden. Reinrassig. Roger reagierte. Er rannte extrem. Ohne Rust und ohne Rücksicht. Die Story endet radikal. Ein Zug raste heran. Ohne zu bremsen. Es hat gekracht. Roger wurde regelrecht vom Reconalexpress überrost. Es gab keine Rätung. Er wurde zerrissen. Er fand den zerrupften Rumpf im Rapsfeld. Am Rand. Bei den Zigaretten. Über seinen Rüsten kreisten die Raubvögel. Runde für Runde. Der Geruch geriet streng und erregte bei Rosie nur Brashwrights. Die Trauer hält sich in Grenzen. 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 ... ...